Hey Freunde, kommen wir zum Woche 13 Auftrag. Öffne Lebensmittelkisten bei Condo Canyon oder Sleepy Sound. Insgesamt müssen wir da fünf Stück öffnen. Ich für meinen Fall mache das Ganze hier oben in Sleepy Sound. Dazu begeben wir uns hier als erstes zu dem LKW Anhänger, denn dort haben wir gleich zwei Kisten drin. Zack, die öffnen wir jetzt einfach. Sammeln wir das kurz mit ein. Zack, zack. Jetzt gehen wir hier nach links, haben hier im Regal eine stehen. Sammeln das auch ein. Gehen dann hier durch die Tür. Gucken nach rechts, haben dort oben im Regal auch eine stehen. So, jetzt könnt ihr eigentlich in jedes Geschäft reinlaufen, denn wir haben überall Kisten stehen. Ich laufe jetzt hier nach links zur Tankstelle rüber. Dann haben wir hier an der Kasse eine Kiste stehen, genau hier. So, jetzt laufen wir hier einfach zu Sticks Restaurant. Gehen hier durch den Haupteingang einfach rein. Zack, gehen jetzt hier hinten in die Küche. Dann haben wir hier rechts eine Kiste stehen und hier links eine Kiste. So, ich mache die jetzt hier einfach auf. Zack, und damit haben wir 5 von 5. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao. Musik